Ab 18. April überall im Handel. Die 11. Ausgabe von Norwegen, das Magazin für Angeln und mehr. Und das erwartet Sie unter anderem im neuen Heft und auf der DVD. Traumreviertrainer. Im Inselparadies mitten im Nordmeer erlebten Markus Heine, Hauke Lohf und Christian Hoch eine Heilbutt und Köhlerangelei der Extraklasse. Mann ey, Trainer hat sie echt in sich. Hat sie echt in sich. So große Seelachse, große Dursche, Heilbutt. Mein Gott, was ist hier los? Gummituning. Thorsten Ahrens demonstriert, wie er seine Gummifische selbst bei abgebissenem Schwanz wieder fängig macht und richtig gut damit fängt. Fischaheu vor Hellesäu. Ob Pollack, Seehecht oder Leng. Das Revier am Nordzipfel der Schärenkette Bergen bietet Vielfalt und Angelspaß pur. Horst Hennings war zu Gast bei Nautenes Heinz. Unser Heftschwerpunkt befasst sich diesmal mit dem Heilbutt. Wir sagen Ihnen, wie belastet das Filet wirklich ist. Außerdem liefert Kenoferter die Antwort auf die Frage, welche Überlebenschancen die Platten beim Catch and Release haben. Motor aus. Was nun? Wie der Außenborder wieder anspringt, verrät Matthias Fuhrmann. Alt wie Stein? Wie viele Jahre die Meeresräuber wirklich auf dem Buckel haben, hat Volker Dapotz in dieser Ausgabe einmal genauer unter die Lupe genommen. Fangen mit Plan. Mit den Praxistipps von Hauke Lohf sind sie für den nächsten Norwegenurlaub bestens gerüstet. Norwegen, das Magazin für Angeln und mehr, erscheint zweimal jährlich im Paul-Parei-Zeitschriftenverlag und ist überall im Handel oder direkt unter folgender Telefonnummer erhältlich. 02604 978 3x7 Bestellen oder abonnieren Sie das Magazin ganz bequem im Internet unter paraishop.de Oder schreiben Sie eine E-Mail an kundenservice.shop at paulparei.de Norwegen, das Magazin für Angeln und mehr, jetzt im Zeitschriftenhandel.